Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play WWE Folge 51 und wie ihr seht, bin ich schon in der Beutebucht. Ich habe quasi den Flug erspart. Wir gehen mal die Quest abgeben und dann geben wir uns ein neues Haustier. Ne, einen neuen Begleiter suchen. Da können wir nämlich die Kaste abgeben. Oh, ich habe nicht gesehen, was wir da bekommen haben. Naja, Strunk. Den Anzeigefehler, den hatte ich schonmal. Und zwar bei dem. Der will nämlich, dass ich hier Blutsegel Admiral abgib, die Quest. Dann bekommt man nämlich von denen den Hut, ich glaube ein Hemd und eine Hose. Das weiß ich nicht mehr. Aber lustigerweise habe ich die Quest gar nicht. Beziehungsweise, wenn ich hier Blutsegel Admiral gemacht hätte, wären die ja alle ziemlich böse auf mich. Habe ich schon des öfteren erlebt. Naja, gut. No, ich hatte entweder an einen Panther gedacht. Oder aber... Ah, ich bin schon wieder drauf eingefallen. Oder aber ähm... Einen Tiger. Der Panther ist doch cool wegen Schleichen und so. Allerdings war der halt wieder langsamer als die normalen langsame Tiere. Aber ich glaube vorher gehen wir schnell noch Pfeile kaufen. Auf gesehen haben wir noch 600. Man wisst deshalb wie schnell das geht. Na hier. Da muss nächster Schmied. Ich glaube da unten waren das mit den Pfeilen. Das sieht doch lustig aus. So, mal gucken. Schwuppdiwupp. Hier meine ich... Schmiederspfeile. Schmiederspfeile. So, scharfe Pfeile. 25, wer haben die? 25. So. Ein paar Pfeile mehr. 25, 90. So. Da ist mehr Platz. Aha. Sehr gut. Da haben wir nämlich 1.600 Pfeile und das reicht doch erstmal. Hoffe ich. Was gibt es hier noch sonst? Nö, sonst nix. Okay. Das ist doch mal ein cooles Angebot gewesen. 10 Kupfer. 10 Silber. 9 Köcher. Warum nicht? Warte mal gucken. Vielleicht kann ich das hier ausbringen. Das stört mich ein bisschen. Zulikonieren. Zulikonieren. Ignorieren. Okay. Jetzt stimmt es wieder. Ich meine, das ist komisch. Das hatte ich beim letzten Mal auch. Und bin auch ein paar Mal drauf eingefallen. Quasi. 15. Sehr schön. Ich habe auch immer geguckt bei der Hexe. Einfach als Sache verkauft. Dann sind wir momentan bei 377. 50. Wenn wir dann 40 sind, werde ich kurz, oder wenn ich dann Pause mache irgendwann, werde ich mir Geld schicken und dann können wir uns nämlich das Reiten kaufen. Und dann kann man hier beim Tiger durch die Gegend reiten. Das wird cool. Oh, mir fällt gerade auf, dass es sogar Wildtiere aufspülen ist geblieben. War ja beim letzten Mal nicht. Was man allerdings komisch verkauft. Ach, ich wollte gerade sagen, dass es hier keine Wildtiere sind. Was haben wir denn da? Gut, jetzt noch das große Brauchrennen. Stufe 39 maximal. Können wir zähmen. Stärken. Donnerstumpfen. Da ist quasi ein Tank. Wäre ja auch nicht so verkehrt. Ein Tank haben wir ja quasi mit der Krabbe. Ein Tiger, Panther oder whatever. Genau, und dieses Zitterhandangst einjagen ist... Da müssen wir Innereien von denen sammeln. Und da droppen auch diese Zähne, wenn wir schon einen haben. Gorilla-Funkzern. Und ich meine, die Folge-Quest oder so ist, dass wir dann diesen Gorilla-Hoo... oder beziehungsweise die Zähne dann abgeben. Bei so einem Typen, der wohnt in der Höhle. Und da kommen dann verschiedene Gorillas, bis dann so ein... Weißrücken-Gorilla oder sowas kommt. Und dann speziell die müssen wir töten. Und davon brauchen wir, ich glaube, das Herz. Wenn man darüber nachdenkt, wird es sich ziemlich fies an den Eingriff. Erst müssen wir Gorilla-Gedärme sammeln, mir dem Angst zu machen. Und dann brauchen wir noch ein Gorilla-Herz. Ja, hier ist auch was. Über das Klette. Dann müssen wir das auch hier schon machen, weiß ich. Kann mal gucken. Juh, 43. Hier bin ich auch oft gestorben. Weil die so geknubbelt teilweise da sind. Und wir haben ja die Eisfalle. Das ist sehr gut. Das Lisk. Auch Zähne. Da fahre ich weiter. Ich traue mich nicht mehr an. Nicht Zähne. Obwohl es ein Wild-Tier ist. Okay. Hätte ich eigentlich gedacht. Das Krokodil kann man auch sehen. Das ist ja schon interessant. Wo sind wir? Hier sind irgendwo die Schattenpante. da. Da sind wir noch einen Schattenpante. Na. 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 Weiß ich. Ja. Ja. Nicht verkehrt. Nein. Mir fällt gerade was auf. Wir haben gar kein Fleisch. Das ist ja. Das ist ja. Stoff. Das ist ja. Mox. Das ist ja. Mox. Ja. Ja. Kugel. Na. Ja. Gut. Ich hab gedacht. Die Eisfalle hält länger. Oh. Das wird spannend. Das wird spannend. Schwupp. Schwupp. So. Immerhin etwas. So. Immerhin etwas. Jetzt ist der ganz traurig. Und Brot mag er nicht. Das ist ja. Ich wünsche halt. Meine Winterwurst. Obwohl ich die sehr ungern abgebe. Mein kleiner Freund. Das macht dir schon glücklich. Können wir mal ähm. Tiger oder so schnell killen. Vielleicht kriegen wir Tigerfleisch. Was eigentlich ganz ziemlich ähm. Chromisch ist. Ein Tiger Tigerfleisch geben. Ja. Barbarig. Sein vielleicht Kumpel von eben gekillt. Aber ich finde. Also. Vielleicht kommt es mir auch noch so vor. Der zieht schneller. Die Akko. So. So. Jetzt habe ich nicht aufgebracht. Tigerfleisch. Ähm. Tatsache. Das ist der. Aber das kann ich nicht. Lass jetzt hier. Lass die Kräuser. Rippelig. Rippelig. Jetzt wo man es weiß. Ist es ja einfach. Anscheinend auch die Schattentiger. Äh. Schattentiger. Schattenpanzer. Apropos Schattentiger. Ja. Ich bin momentan ein Buch am lesen. Und zwar. Ähm. Die Chroniken der Unterwelt. Das ist auch cool. Kann ich eigentlich nur empfehlen. Ähm. Dazu gibt es auch einen Film. Der war auch ein bisschen schlecht. Sag ich mal. Jetzt wo man Fleisch haben wird. Wird man natürlich nicht immer derselbe. mit dem blöden Fleisch. Aber naja. Ich trau mich gar nicht. Mich kurz hinzusitzen. Um was zu trinken. Den Herbraut. Aber ich glaub so schnell. Da werden doch nicht ab. Ich weiß nur noch keinen tollen Namen für ihn. Vielleicht gar fehlt. Schon wieder traurig. Nein. 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 mal gucken ob das funktioniert es gibt auch quasi bach gut für jäger fetz ich glaube ich habe schon mal erzählt dieses die grüße quasi von jägern empfohlen oder so ist es ganz lustig aber hatte ja viel so so die mix gemacht tiger im schlachten da wollte ich zwar nicht hin aber auch jetzt haben wir schon wieder rot oder das war ein skill den man lernen konnte das ist das tier glücklich macht er kann jetzt nur knurren was allerdings noch nicht geht aber ich glaube das ging erst dann mit dem inschriftenkundler dass man sein tag umbenennen kann er gibt nämlich eine rolle zu vom inschriftenkundler kann man kaufen oder kann man herstellen oder halt kaufen und so was dann ist der dick und rund ein bisschen schon runden tiger ich glaube irgendwelche vorteile könnte er noch nicht oder das kommt mit der ersten zufriedenheitsstufe hier sein das kann sein das noch kommt mal gucken ich war gar nicht überlegen aber ich glaube die quest für die tiger jagd haben wir schon abgegeben die groß ne genau da haben wir einen handschuh bekommen der eigentlich nicht besser als unsere ist das war das aber jetzt wird hier wenn das an der panther mit angeteilt gestern wenn ich oder letzten mal was auf der anderen seite können sie auch nicht entscheiden ich glaube es ist ganz glücklich war noch nicht wenn du Leder essen würdest wärst du schon zufrieden ich habe auch ein zwei punkte geskillt sind wir mal gucken 135 vielleicht wollen wir das lernen allerdings war ich noch nicht beim lehrer weil ich habe das eben gemacht bevor ich nach beutebucht geflogen bin nein das kann ich aber gleich der mag dieses futter nicht sein tier gibt das jeder ist ich finde lustig dass die katze dann heißen im prinzip ist eine große katze aber dass sie dann nicht schlinder und die heißen finde ich auch grob mich immer gut sei es drum wenn wir noch 34 tiger killen dann haben wir sogar level up durch begleiter zufriedenheit zufriedenstellen ich glaube das gleiche an mp habe ich das jetzt richtig gesehen habe kann man dann alles mögliche skillen jetzt habe ich den bogen auf hier 594 mal gucken was noch so passiert leder und was gleich fast 200 ist er wieder traurig lump man müsste auch so eine anzeige geben noch sehr übersichtlich der ruf dickes leder von 21 also nicht wirklich ganz glücklich ja ich kann ja mal schnell weiter bucht ich glaube das ist einfacher als die ganze hier rumzumäzeln ich habe mich erschrocken ich glaube man hat die gar nicht mehr als teil ich glaube man hat die gar nicht mehr als teil wie ein langsamer wind weil ich sehe gerade wir haben auch recht spät würde ich sagen wir sehen uns in der nächsten folge gucken wie es weitergeht mit unserem kätzchen ich glaube in der zeit schon mal etwas weiter damit wir es nicht verlieren bis nachher oder bis später wünsche euch noch einen schönen tag oder einen schönen abend auf wieder gesehen